Jetzt kommt Nunes, Uruguay Nunes, okay? Nunes im garantierten La Liga NOSPEC, gib mir den nächsten Schwanz dran und nicht mal Rafa, es gibt wieder die Liga Ricardo Horta, du bist ein kleiner H... Du bist ein kleiner H... Es hätte ja 7 sein können, ja, vielleicht in zwei Jahren, wenn er in die portugiesische Liga geht.